So, okay, jetzt aber diesmal mit ein bisschen mehr Elan hier. Letzter Kampf. Jetzt wird es spannend. Kirby das letzte Mal gegen Captain Foggen. Stage die hier? Ja. Gut. So. Ja, der letzte Kampf. Danach haben wir die 10 Videos erreicht. Wer wird gewinnen? Der alles entscheidende Kampf. Ohne Items. Ohne alle. Jetzt zählt nur das Können der Kämpfer. Wer wird gewinnen? Deutschlands bester Foggenplayer gegen Deutschlands bester Kirby-Spieler. Wer wird gewinnen? Boah. Na. Ha, 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 ha. Show your moves. Die ist schon klar, dass ich, äh, äh, dich gleich rausmashen werde. Scheiße. Guck. Zack. Zack. Boah. Schade. Zack. Komm, komm, komm. Na toll. Zack. Bam. Und weg bist du. Warum? 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 Jetzt aber. Jetzt aber. Show your moves. Boah. Nein. Nein. Na toll. Okay. Ich höre dich raus. Ich höre dich raus. Zack. Sag dich doch, ich höre dich raus. Ach, scheiße. Doch nicht. Boah. Schade. Boah. Fuck. Oh. Du, du Glückspilz. Boah. Boah. Ha. Geht doch. Show your moves. Boah. Ja, komm doch her. Faule Radde. Ich glaub's nicht. Du kannst mich jetzt richtig schön rausmashen. Weil ich so einen hohen Schadenspotenzial hab. Aber eher hau ich dich raus. Wie's der Anschein hat. Bansch! Show your moves! Wow! Du hast es geschafft, mich einmal rauszusmashen. Wunderbar! Klasse! Mann! Ich bin stolz. Auf dich. Falls man das überhaupt stolz nennen kann. Deine mickrige Leistung bisher. what? Ich bin stolzing. Ja, komm schon, komm schon. Boah, nein. Ha. Punch. Show your moves. Es geht halt nichts über das Original. Haha. Was für ein Kampf. Captain Forkhan. Also, wenn ich jetzt genau nachrichte, hast du vielleicht zwei Kämpfe gewonnen und ich hab die übrigen Kämpfe gewonnen. Schmacht also 8 zu 2 insgesamt. Weh. So, Leute, hiermit verabschiede ich mich mit Let's Battle Super Smash Bros. Denn es war ein, ja, kleiner Versuch, kann man auch sagen. Und, wer weiß, vielleicht melde ich mich irgendwann wieder mit neuen Gegnern, neuen Herausforderern zu Let's Battle Super Smash Bros. Weiterhin, was ich noch eventuell vorhabe an ein Let's Play. Hm. Gute Frage. Lasst euch einfach überraschen. Auf jeden Fall. Demnächst wird anstehen mit Mr. Nintendo 97 Let's Play Together Serious Sam 2. So, Leute, jetzt ist aber wirklich Schluss für heute. Mach mal kaff. Für heute. Mal wieder. Auf Wiedersehen. mit. Ciao. м heat. die Außen da oder der